Du bist selbstständig als Freelancer oder im Einzelgewerbe unterwegs und du hast mitgekriegt, hey, ich lege eigentlich gar nicht so viel Geld fürs Alter zurück und fragst jetzt, was wäre denn so die perfekte Sparrate für mich als Selbstständiger, die ich monatlich investieren kann, um einfach im Alter nicht komplett finanzielle Probleme zu bekommen. Und dieses Video soll jetzt mal dazu dienen, dass wir dir aufarbeiten, wie das Ganze tatsächlich stattfindet und wie du das Ganze ansetzen kannst. Guck mal, du musst dir überlegen, dass in einem normalen Anstellungsverhältnis in der Regel 18,6% von dem Bruttoeinkommen in die gesetzliche Rentenversicherung laufen. Das heißt also circa 1.300 Euro, mittlerweile sind es 1.404 Euro monatlich, die 50-50, also einmal vom Arbeitgeber 700 Euro und vom Arbeitnehmer 700 Euro in die gesetzliche Rentenversicherung reingezahlt werden. Und die Leute haben bei diesen Sparraten noch Altersversorgerprobleme aufgrund des demografischen Wandels und ähnlichen. Das heißt also, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dass du als Selbstständiger, der ja tendenziell von der Rentenversicherungspflicht befreit ist, sofern er jetzt nicht gerade in der KSK versichert ist, irgendwie Landwirt oder Handwerker ist oder ähnliches, oder einen schützenswerten Beruf ausführt wie Lehrer oder ähnliches in der Selbstständigkeit, dann solltest du tendenziell eigentlich ein bisschen mehr monatliches Kapital investieren, als dieser Faktor, sofern du natürlich jetzt auch im Bereich bist, dass du den Höchstsatz in der gesetzlichen Rentenversicherung zahlen müsstest. Das heißt also, wir sollen uns schon mal so überlegen, hey, was müssen wir tun, wenn wir jetzt quasi ein äquivalentes Produkt benutzen würden, das im Vergleich zur gesetzlichen Rentenversicherung steht, das uns im Alter tatsächlich safen soll. Da kommen eigentlich für uns in dieser Situation nur drei Gegebenheiten in Frage, die wir jetzt quasi so als Produkte haben können. Natürlich können wir auch noch in Immobilien investieren oder ähnliches, aber wenn wir das Ganze jetzt mal anschauen, dann sollten wir eben mal tatsächlich die Dinge, die äquivalent dazu sind, mit monatlichen Zahlungen abbildbar sind. Dann sind das ganz klassische ETF-Sparpläne im Depot, dann haben wir eine ETF-Rentenversicherung in Form von einer beispielsweise Basisrente oder Rürup-Rente auch genannt und wir haben die Möglichkeit, das Ganze in der Privatrente abzubilden. Ich bin jetzt nicht der aller, allergrößte Fan von dem Zweitgenannten, von den Rürup-Renten, weil die meisten Leute, die bei uns hier sitzen, die haben irgendwann mal vor, Kinder zu bekommen und Ähnliches und Rürup-Rentenversicherungen sind jetzt nicht so leicht übertragbar. Das heißt, du sammelst da über dein Leben hinweg schon einen guten Kapitalberg an und der ist dann am Ende des Tages halt, wenn du sterben solltest, im Rentenbezug, also nachdem du 62, 63, 64 geworden bist, nicht so leicht vererbbar. Du musst dann immer auf die Rentengarantiezeit zurückgreifen. Das heißt also, die Rentengarantiezeit ist quasi eine Einrichtung des Versicherers, die dazu dient, dass solltest du eben sterben, deine Hinterbliebenen eine gewisse Zeit garantiert eine monatliche Rente erhalten. Das ist dahingehend ganz okay, aber rein mathematisch, wenn wir das jetzt mal durchgehen, dann wirst du nicht das Gesamtkapital, das du bis zum Zeitpunkt angespart hast, aufgebraucht haben innerhalb dieser Basisrente. Das heißt also, tendenziell machst du da ein Minusgeschäft. Klar, du hast steuerliche Absetzbarkeiten in der Rürup-Rente oder Basisrente mittlerweile. Das kann man nutzen, deswegen ist es jetzt nicht absolut ein schmutzendes Ding, aber man sollte es halt immer mit einem gewissen Bewusstsein implementieren, für eben beispielsweise gewisse Risiken, dass du eben sterben könntest oder ähnliches. Dann Privatrenten, das ist persönlich eigentlich mein Favorit. Warum? Im großen und ganzen, wenn du diese Sparleistungen da reinhaust, dann hast du hinten raus einen gewissen steuerlichen Vorteil, nämlich die Hälfte der Gewinne sind steuerfrei auszuzahlen und das dann zu deinem persönlichen Einkommenssteuersatz. Also wenn du jetzt sonst keine Einkünfte hast, kann das halt sehr, sehr nice sein, dieses Ding hinten raus zu bekommen, weil du dann eine Kapitalleistung bekommen kannst. Eine Kapitalleistung könntest du dann wieder investieren, beispielsweise eine Immobilie oder wieder einen ETF-Sparplan oder, oder, oder und hast dann somit quasi hinten raus eine Möglichkeit, wieder Kapital für dich arbeiten zu lassen und das auf einmal kapitalisierbar. Natürlich hast du einen gewissen Verlust durch die Steuer, die dann stattfindet, weil wenn du halt irgendwann mal 500.000 Euro oder sowas ausgezahlt bekommst, dann ist ja logisch, dass du dann einen gewissen höheren Steuersatz hast. Nichtsdestotrotz ist diese Liquidität, die du dadurch erreichst, ein sehr, sehr großer Vorteil, auch im Alter. Weil da kann man durch einen Namen klären oder Ähnliches das Ganze sehr, sehr geil staffeln. ETF-Depots sind tendenziell auch eine sehr, sehr schöne Herangehensweise. Und hier kommt jetzt genau das Ding ins Spiel, warum ich ganz gerne eigentlich immer so mit zwei Produkten zeitgleich die Altersversorgerstrategie darstelle, denn kein Mensch weiß, wie die Steuerpolitik in den nächsten 10, 15, 20, 30 Jahren sein wird. Tendenziell genießen wir aber bei zum Beispiel Versicherungsprodukten so ein genanntes Bestandsschutzrecht. Das heißt also, wenn du jetzt mal unter gewissen Kriterien eine Lebensversicherung abschließt, die aktuell so besteuert wird, dann hast du wahrscheinlich in der Zukunft dieselbe Besteuerungsgrundlage. Das ist ganz nice. Wie das im Depot sein wird, kein Mensch weiß es. Jetzt gerade hier vorab, Pauschale, die jetzt wieder ins Spiel kommt und Ähnliches. Du musst auf einmal Geld dafür bezahlen, dass du in ETFs investierst und so. Das kann halt alles ein bisschen nervig werden über die Jahre hinweg, weil dir ja ständig was am Fiskus halt auch mal verändert wird, je nachdem, welche Legislaturperiode wir gerade betrachten. Und genau deshalb ist meine Herangehensweise tendenziell eher so eine zweifaktorielle Herangehensweise. Einmal mit Rentenversicherung, einmal mit einem ETF-Depot. Je nachdem, was für ein Rentenversicherungsprodukt dann halt für dich das Bestmögliche ist. So, jetzt müssen wir uns angucken, was für eine Sparrate sollten wir jetzt tatsächlich verwenden. Und da muss man immer schauen, dass man das halt dann so aufsetzt, dass am Ende die Sinnhaftigkeit auch tatsächlich abgebildet ist. Aber, was ich euch sagen kann, wenn ihr jetzt im Umsatzniveau unterwegs seid, so von 10.000 Euro beispielsweise monatlich, dann sollte eigentlich keine Sparrate in solche Produkte unter 500 Euro stattfinden. Das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich. Du kannst es machen, wenn du es jetzt als Beitragsentlastungstarif beispielsweise nimmst für deine private Krankenversicherung. Da kannst du nochmal geringere Beiträge nehmen, weil es halt dann zweckgebunden tatsächlich für die private Krankenversicherung gilt. Aber mit so einer Altersversorgerstrategie willst du ja deinen gesamten Ausgaben im Alter quasi abdecken. Und dementsprechend brauchst du dann noch höhere Sparraten. Deswegen tendenziell eher so im Bereich von 500 Euro. Dann musst du natürlich schauen, dass die Kostenbelastung innerhalb dieser Produkte auch moderat ist und am Ende des Tages eine sehr, sehr geile Ablaufleistung für dich erwirkt. Dass da halt auch eben nicht das ganze Geld in irgendwelchen Kosten aufgefressen wird und dann am Ende noch durch die Steuerlast zerberstet wird. Das heißt also, tendenziell sollte man, wenn du 10.000 Euro Umsatz machst, mal ein Minimum 500 Euro für die Altersversorger aufwenden plus eben diese 250 Euro, 200 Euro, die du halt noch als Beitragsentlastungstarif für deine PKV machst, wenn du in der privaten Krankenversicherung unterwegs bist. Dann bist du schon mal moderat aufgestellt. Das wird jetzt nicht dein gesamtes Altersversorgerproblem lösen. Weil wie du gehört hast, eigentlich sollten 1.400 Euro da reinfließen. Das heißt also, langfristig wird es auch sinnhafter sein, solche hohe Sparraten mal zu betrachten und die dann vielleicht aufzusplitten mit 500 Euro in ETF-Depot, 500 Euro in eine Privatrente, 500 Euro in eine Basisrente oder sowas. Sowas könnte zum Beispiel ein moderates System sein. Aber das muss dann tatsächlich ausrechnen, wo du halt gerade stehst, was deine Ziele sind, wo du langfristig hin möchtest. Und dahingehend ist es sehr, sehr wichtig, dass man das mal durchkalkuliert und sich tatsächlich anschaut, was bei dir Phase ist. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal bei dir anschauen würden, dann müssen wir uns natürlich anschauen, für was du dein Geld ausgibst und auf was du im Alter auf gar keinen Fall an Lebensstandard verzichten möchtest. Und das ist dann schon eine etwas kompliziertere Herangehensweise. Deswegen meine Empfehlung an dich, wenn du das explizit durchrechnen möchtest, dann trag dich einfach mal ein bei uns auf der Webseite, www.fetter-consulting.de Wir gehen dann wirklich en detail in deine Gegebenheit rein, schauen uns an, hey, wo stehst du, was brauchst du, was sind die Gegebenheiten, welche Absicherungsmöglichkeiten brauchst du eventuell und die du dann später nicht mehr brauchst, weil es dann vielleicht nicht mehr so wichtig ist, ob du eine Zahn-Zusatzversicherung hast, weil du die dritten schon drin hast oder so. Und dann bauen wir dir deine finanzielle Strategie so auf, dass du hinten raus keine Issues hast. Denn das könnte unter Umständen ein großer Faktor werden, dass im Alter dir Kohle fehlt und wir wissen, dass du verhindern. Dementsprechend weiterhin geile Umsätze. Wir sehen uns im nächsten Video und trag dich gerne ein auf www.fetter-consulting.de